so ihr lieben auch gleich schon wieder da ich habe euch hier schnell noch meine bestellung bei jet set rausgesucht da habe ich mir einmal weil alle momentan oder schon seit längerer zeit auf das muyu ich spreche jetzt mal so aus wie ich es lese stehen diesen muyu stamping lack gekauft in der farbe weiß für ja jetzt lasst mich überlegen weil ich kann es nämlich leider gerade auf der rechnung gerade nicht erkennen der stamping lack weiß 5 oder 9 muss ich schauen moment 9 milliliter kostet 9,95 euro dann habe ich mir bestellt ebenfalls von muyu diese schablone diese stamping schablone aus der ich spreche deutsch aus mutternatur serie die nummer 10 ich finde ja die umverpackung schon wahnsinnig aufwendig und hier wäre praktisch die schablone ihr seht sie ist noch unbenutzt gefallen hat mir an dieser schablone speziell also man kann eigentlich sagen dass mir alles gefallen hat aber warum ich mir gerade die schablone ausgesucht habe sind die schmetterlinge und die puste blumen hier das war was mich gereizt hat kostenpunkt 9 euro 95 genau wie da wieder lack und mitbestellt habe ich mir einen glitter und zwar den diamond glitter mix rainbow white silver der hat gekostet 99 cent ihr seht ihn hier und ich trage ihn auch momentan auf den leg ups und es gab ein geschenk in form von einem glitter das schaut so aus ein wunderschönes rot silber glitter würde ich sagen man findet verwendung dafür recht herzlichen dank an jet set für das dankeschön ja das war schon meine jet set bestellung dann war's das mit der bestellung und dann schauen wir mal ob wir noch die zeit haben und ich stelle euch mal meine artini farbgele vor bis gleich wisst ihr was mir gerade aufgefallen ist ich hatte ja gerade meine bestellung von jet set und hatte doch auch gesagt dass ich mir zwei stamping schablonen gekauft habe eine von bei der anderen habe ich euch zwar am preis gesagt aber gezeigt habe ich soll ich nicht das ist nämlich die hier von konat die m83 gekauft habe ich sie mir wegen diesen herzen am stiel und der katze eine freundin von mir ist katzen fan und der mache ich die nägelchen und da passt die mietz einfach ganz perfekt zu ihr die habe ich wie gesagt noch bei der jet set bestellung gehabt für 1 euro 99 haben sie auch schon ausprobiert also das stempeln muss ich definitiv noch üben weil bei mir bleibt immer die hälfte vom stempellack in der form hängen und das sieht dann auf dem nagel natürlich nicht schön aus aber ich habe es mit dem stempellack von mojo probiert und er hat eine wunderschöne wunderschöne deckkraft so wie ich mir das vorgestellt habe ja das war es noch zur bestellung von jet set